ARD-Propaganda-Fernsehen zur Primetime, zur besten Sendezeit. Wir wollen wissen, ist die AfD eigentlich ein Problem für die Demokratie? Die ARD-Sendung Die 100 hat enorm auf sich aufmerksam gemacht. Es war nicht die erste Ausgabe, auch zu meiner Verwunderung. Ich gucke solche Game-Polit-Talkshow-Formate eher weniger. Es ist schon ein Krampf, sich eine Sendung von Luis Klamroth im Hart aber Fair anzuschauen. Übrigens Die 100, produziert von Heiner Plasbeck, also dem ehemaligen Moderator, Produzenten der Sendung Hart aber Fair, also dem Vorgänger von Luis Klamroth. In der Sendung sind sehr viele Vorwürfe gefallen. Auch ich habe beim NDR eine Anfrage gestellt zu den Laiendarstellern, wie der Bewerbungsablauf ist und so weiter. Ich möchte euch einmal kurz aus der Antwort, die ich erhalten habe, vortragen, vorlesen und dann auf einige Punkte eingehen, die mir hier besonders wichtig sind, die möglicherweise in all den anderen Beiträgen zu der Kritik, die dazu geäußert wurde, der berechtigten Kritik, die da bisher noch nicht gefallen sind. Ich wollte vom NDR wissen, nach welchen Kriterien die Bewerber für so eine Sendung zugelassen sind. Ich selbst habe mich auch für eine zukünftige Sendung von Die 100 beworben. Allerdings habe ich bisher auf meine E-Mail-Anfrage, also dass ich gerne an so einer Sendung teilnehmen möchte, keine Reaktion, keine Antwort bekommen. Das heißt, wie das genaue Bewerbungsprozedere, wie der genaue Prozess ist, kann ich an dieser Stelle mit Sicherheit noch nicht sagen. Die Antwort auf meine Frage. Die Redaktion achtet darauf, dass es eine gute Mischung aus den 100 gibt. So sollen zum Beispiel junge und alte Menschen dabei sein, vom Land und aus der Stadt. Die 100 soll möglichst Vielfalt abbilden. Die Redaktion fragt im Vorfeld auch nach allgemeinen politischen Ansichten, um sicherzustellen, dass möglichst Menschen mit unterschiedlichen Ansichten bei jeder Ausgabe von Die 100 zusammenkommen und die Teilnehmenden kein Zerrbild der Wirklichkeit darstellen. Grundsätzlich gilt, jede und jeder kann sich für die Teilnahme an der Sendung bewerben. Was natürlich nicht bedeutet, dass jede oder jeder tatsächlich auch eingeladen wird. Wer sich als Teilnehmer bewirbt, hat offenbar Lust am politisch-gesellschaftlichen Diskurs. Unabhängig vom Thema der Sendung, das den Bewerbern zum Zeitpunkt ihrer Bewerbung nicht bekannt ist. Das haben mittlerweile mehrere Teilnehmer bestätigt. Unter anderem der erste Komparse, der aufgefallen ist, der das Schlusswort in der Sendung hatte, der vor allem durch seinen extremen Wandel aufgefallen ist. Das ist Michael Schleiermacher. Darf ich Sie auch nochmal fragen, Sie standen vorhin auch woanders? Vorne auf der 3. Vorne auf der 3. Auf der Seite, nein, sie ist kein Problem, die AfD. Und jetzt stehen Sie hier auf der 3, ja, auf die komplett gegeneinander Meinung. Was hat Sie am meisten überzeugt? Es ist ganz einfach leicht zu erklären. Die AfD ist ein Wolf im Schafspilz. Man weiß nicht, was er vor Ort hat. Aber das hatten Sie vorhin nicht, diese Meinung, diese Position? Richtig. Durch die Sendung war man alles nachverfolgt und dann kommt man darauf andere Gedanken. Das ist sein Profil auf der Seite Stagepool. Er sowie Linus, der bei Clownswelt im Gespräch gewesen ist, der Einzige, der tatsächlich eine kritische Meinung zu all den Fragen dort hatte. Sie beide haben gesagt, dass das Thema im Vorfeld nicht bekannt war und man hat es erst unmittelbar vor der Sendung bekannt gegeben. Was ihr ja alle oder was du ja auch vielleicht nicht wusstest, wir haben ja dieses Thema, haben wir wirklich erst drei Stunden vor Beginn der Drehs mitbekommen. Das ist immer so das Ding. Die wollen halt nicht, dass man sich da absolut gut drauf vorbereitet. Ach so. Ich dachte, du wirst da eingeladen und die sagen dir, Mensch, wir reden darüber, inwiefern die AfD die Demokratie wählen wird. Nee, nee, nee. Das Ziel, der Hintergrund ist, dass die Leute, die sich dort bewerben, nicht gezielt auf die Themen, auf die Inhalte, auf die Schwerpunkte vorbereiten können mit bestimmten Argumenten, sondern man möchte einfach ein Meinungsbild aus der Gesellschaft haben, ohne dass sich Leute eben gezielt darauf vorbereiten. Und dazu muss ich sagen, ich finde, das ist ein vernünftiges und schlüssiges Konzept. Ich wollte ebenfalls wissen, ob die Teilnehmer im Vorfeld nach Parteizugehörigkeit und oder Tätigkeit gefragt werden. Die Redaktion fragt im Vorfeld zum Beispiel nach politischer Tätigkeit und, wie schon oben gesagt, nach politischen Ansichten zu mehreren aktuellen Themen. Politisches Engagement ist dabei kein grundsätzliches Ausschlusskriterium für die Teilnahme an der Sendung. Und genau hier beginnt mein größtes Problem, mein größter Kritikpunkt, denn es geht schlicht um Transparenz. Ich behaupte an dieser Stelle, dass der NDR hier nicht gezielt Schauspieler eingeladen hat, Komparsen, die Wahrscheinlichkeit, dass es der Zufall so will, dass mehrere Kommunalpolitiker und gleichzeitig Laiendarsteller, Schauspieler in so einer Sendung sind, die Wahrscheinlichkeit für so einen Zufall ist sehr gering, vielleicht sogar auch unmöglich. Jetzt muss man sich aber auch überlegen, wer bewirbt sich überhaupt für so eine Sendung? Und die Bewerberanzahl, die möglichen Bewerber für so eine Sendung, ich glaube, allein das verzerrt schon enorm die Wirklichkeit, das Bild in der Gesellschaft. Denn wer begibt sich in so eine Sendung und hat kein Problem damit, seine Meinung in der Öffentlichkeit so mitzuteilen? Das sind in der Regel linke, unproblematische Meinungen. Selbst wenn auch ein Großteil der Leute, die dort waren, im Privaten, im Geheimen vielleicht, für sich zu Hause selbst, wenn sie eine andere Meinung, vielleicht sogar eine gegenteilige Meinung vertreten, ist dieser Konformitätsdruck dann eben doch sehr hoch, sich anzupassen. Auch das ist kein neues psychologisches Phänomen. Wir haben also eine Gruppe an potenziellen Bewerbern, die in der Masse links sind, die, wenn sie sich denn in der Öffentlichkeit äußern, eher dem gesellschaftlichen Druck beugen würden, der gesellschaftlich aktuell eher akzeptierten Meinung. Und das sind nun mal nicht rechte Positionen, das ist keine AfD-Meinung. Das ist der erste Punkt dazu, dass sich dort überwiegend Kommunalpolitiker bewerben. Auch das halte ich für absolut nachvollziehbar. Die letzte Sendung hat in Göttingen stattgefunden. Wenn Leute das mitbekommen und die sowieso politisch engagiert sind, dann möchten diese Leute natürlich auch gerne gesehen werden. Das ist dann der nächste Punkt. Es gibt aus dem Jahr 2020 einen ganz interessanten Beitrag von Dr. Sandra Maria Gronewald. Sie ist derzeit Moderatorin beim täglichen ZDF-Magazin Hallo Deutschland. Und sie hat damals in einer Beitragsreihe So geht Medien einen sehr interessanten Beitrag verfasst. Eine Minute 20. Da geht es um die sogenannten Bauchbinden. Das, was in den letzten Monaten, vor allem seit Anfang des Jahres, nach dieser merkwürdigen Potsdam-Geschichte, die sich da korrektiv in Teilen ausgedacht hat und so schön verpackt hat, war bei den Demonstrationen ganz häufig in der Kritik, dass die Öffentlich-Rechtlichen nicht transparent gearbeitet haben. Das heißt, es wurden Kommunalpolitiker interviewt. Es wurden Leute mit Parteizugehörigkeit, für die Partei schon irgendwelche Tätigkeiten erarbeiten, übernommen haben. Diese Leute wurden dort interviewt von Jugendorganisationen, von der Grünen Jugend zum Beispiel, von den Jusos. Und das wurde nicht gekennzeichnet. Man hat dem Zuschauer dann vermittelt, dass das irgendwelche x-beliebigen Leute aus der Masse, aus der Menge sind, die dorthin gehen, einfach nur, weil sie sich berufen fühlen, gegen die bösen aufkommenden neuen Nazis, gegen die AfD zu demonstrieren, gegen Abschiebungen, Remigration, gegen Deportation, was man sich nicht alles ausgedacht hat in diesem Zusammenhang. Und denselben Fehler, ob jetzt bewusst oder unbewusst, spielt vielleicht sogar gar keine große Rolle, begeht der NDR, produziert für die ARD, an dieser Stelle schon wieder. Die Bauchbinde, klar, eine Bauchbinde kann was zum Anziehen sein, beim Smoking, bei Männern. Aber im Fernsehen, bei O-Tönen oder Moderationen, bedeutet es was anderes. Und zwar sind das Infos, die im unteren Teil des Bildes eingeblendet werden. Also so. Und so eine Bauchbinde muss nicht immer wie eine Bauchbinde genau auf der Höhe des Bauchs liegen. Je nach Kameraeinstellung kann es auch mal eine Brust- oder Halsbinde werden. Oder wenn die Kamera wieder weiter weg geht, vielleicht eine Kniebinde oder eine Fußbinde. Heißt aber tatsächlich immer Bauchbinde. Und in Beiträgen wird auch eingeblendet, wer den Bericht gemacht hat. Das nennt man dann Insert oder Berichts-Insert. Mein Tipp für euch ist, auf alle Fälle immer zu lesen, was in den Bauchbinden steht. Macht man ja eigentlich automatisch als Zuschauer. Das sind meist wichtige Informationen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt, wie der genau heißt, der da redet. Aber eben, was er macht. Welchen Beruf er hat. Welcher Partei er angehört bei politischen O-Tönen. Und so kann man dann die Aussagen viel besser einschätzen. Ist also eine zusätzliche Information auf visueller, schriftlicher Ebene. Zu dem, was man hört und sieht im O-Ton, also im bewegten Bild. Die Chance hat der NDR an dieser Stelle vertan. Wenn wir uns dann die verschiedenen Beiträge ankommen, wo eben auch Personen zu sehen sind, die zu Wort kommen, die eine Parteizugehörigkeit haben, die politische Ämter ausüben oder für politische Ämter schon kandidiert haben. Dann macht das den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erneut unglaubwürdig. Und auch dann muss man sich nicht wundern, dass auf bestimmten Veranstaltungen, Demonstrationen skandiert wird, dass es sich dabei um Lügenpresse handeln soll. Indem diese Information bewusst weggelassen wird, und ich habe ja nun erfahren aus der Antwort, dass danach gefragt wurde, betreibt man bewusst eine Täuschung des Zuschauers. Denn ob dort jemand einfach nur als Lehrer, als Dozent oder eben als FDP, CDU, SPD, Kommunalpolitiker antwortet und steht, das macht einen Unterschied beim Zuschauer und der kann dann diese Aussage eben ganz anders einordnen. Dann ging es noch um die Reisekosten. Das fand ich ganz interessant, weil Linus im Gespräch mit Clownsfeld angegeben hat, dass er für zwei Hotelübernachtungen höchstens bis zu 75 Euro Hotelkosten erstattet bekommen soll. Es wurden bisher noch keine Zahlungen getätigt. Ich wollte wissen, in welcher Höhe die Reisekosten höchstens erstattet werden und welche Kosten jeweils für die ersten drei Sendungen an Reisekosten für den Sender entstanden sind und ob alle Teilnehmer der Sendung Reisekosten bisher abgerechnet haben. Die Teilnehmer werden Reisekosten in Höhe eines Bahntickets zweiter Klasse erstattet oder in Kilometergeld gezahlt. Dazu kommt ein Zuschuss für eventuelle Hotelkosten. Die Kostenabrechnung ist noch nicht abgeschlossen. Ich wollte wissen, nach welchen Kriterien die beiden Moderatoren ausgesucht wurden, welche je zwei unterschiedliche Positionen vertreten. Denn auch das ist spannend, weil Checker Tobi, bekannt aus dem Kinderkanal, Kinderkanal aus dem Kinderfernsehen bei den Öffentlich-Rechtlichen sich in der Vergangenheit dazu geäußert hat, zum Beispiel mit solchen Tweets über Fuck AfD oder der eben eine sehr eindrückliche Meinung hat, gerade wenn es um das Thema Klima, Klimawandel und so weiter geht. Und auch seine Ansicht, seine Meinung, seine Position zur AfD wird hier mehr als deutlich. Und mit kritischem Journalismus hat das nichts zu tun. Er verfolgt hier ganz klar eine Agenda. Es wirkt schon fast, als sei er religiös motiviert gewesen, also wirklich eindringlich dort den Leuten mitzuteilen, die AfD zu dämonisieren. Und ich bin mir auch sicher, dass die Stelle, als er ein Zitat von Peter Büström aus einer Rede, ein Schnipsel hier einblendet, zusammen mit vielen anderen aus dem Kontext gerissenen Aussagen von AfD-Politikern, dass das Ganze abmahnfähig ist. Denn hier wird dem Zuschauer, und das zeigen die Reaktionen auf den Einspieler, auf diesen Einspieler hier, Die AfD ist rassistisch, sie wertet Menschen ab und sie grenzt Menschen aus. Und das hört sich dann zum Beispiel so an. Unser vorhandener Wohnraum ist zuerst für Einheimische da. Die jungen Männer gehören zurück in ihre Heimat. Ende der Durchsage. Wir müssen den Austausch unserer Bevölkerung beenden. Es gehört mehr dazu, Deutscher zu sein, als einfach nur eine Staatsbürgerurkunde in der Hand zu haben. Solche Menschen müssen wir selbstverständlich entsorgen. Wenn wir kommen, dann wird ausgeräumt, dann wird ausgemistet. Die Reaktionen zeigen, dass die Leute davon ausgehen, er möchte alle Migranten, Flüchtlinge, Zuwanderer, wie auch immer, Menschen in Deutschland, Ausländer entsorgen. Ja, ich bin einfach entsetzt darüber, was ich gerade gehört habe. Diese Beiträge, jeder Beitrag war einfach nur ganz schrecklich. Und Menschen zu entsorgen, diese Aussage, geht gar nicht. Das ist natürlich nicht der Fall. Er bezieht sich hier auf ein Zitat von Alexander Gauland, der von der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung gesprochen hat, Frau Özoguz. Sie hatte behauptet, dass eine spezifisch deutsche Kultur jenseits der Sprache schlicht nicht identifizierbar sei. Auch das übrigens damals, könnt ihr euch hier oben noch anschauen, hat man einem Björn Höcke vorwerfen oder ihn damit konfrontieren wollen. Man hat ihn damit konfrontiert in seinem TV-Duell gegen Mario Vogt. Da hat man auch sein Buch zitiert. Er konnte sich an die Stelle nicht mehr genau erinnern. Man hat versichert, man hätte richtig zitiert. Natürlich hat man auch das wieder aus dem Zusammenhang gerissen. Auch an dieser Stelle sind es Zitate, die aus dem Kontext gerissen werden. Auch hier wieder der Verweis auf das Gespräch von Linus und Clownswelt. hat er das Ganze aufgegriffen in seiner Antwort, die allerdings ziemlich clever, muss man sagen, zurechtgeschnitten wurde vom NDR. Übrigens auch das, sei transparent gesagt, der NDR habe darauf hingewiesen, dass es sein kann, dass bestimmte Aussagen gekürzt werden. Die Aussage eines offenkundigen Verschwörungstheoretikers, der damit so mit solchen Theorien irgendwie nur so um sich gehauen hat, hat man ganz rausgelassen. Bei ihm hat man, sagt, ein bis zwei Drittel der Aussagen weggeschnitten. Ursprünglich sollte das nur geschehen, wenn zum Beispiel Leute sich dabei vertun, auf welche Position, in welches Feld sie gehen. Auch da sehen wir, dass das am Anfang bewusst gezielt drin gelassen wurde. Also auch da ist die Frage, die man sich da gefallen lassen muss, warum die einzige wirklich kritische Stimme hier so offenkundig beschnitten wird. Also solche Aussagen gehen natürlich nicht und das finde ich ist auch, also sollte auch geahndet werden natürlich. Also solche Rhetorik ist vollkommen daneben. Aber meiner Meinung nach findet man solche Rhetorik bei jeder Partei. Und das ist zum Beispiel, wenn bei einem Parteitag ein Riechsinger sagt, auf die Frage hin, was da mit den Reichen passiert und aus dem Publikum geschrien kommt, erschießen und er sagt, nein, wir erschießen die nicht, wir werden denen dann auch sinnvolle Arbeit zukommen lassen. Oder ein Sebastian Striegel von den Grünen, der dann sagt, man bräuchte Einwanderung bis zum Volkstod. Also sowas sind halt genau solche Entgleisungen. Und also ich glaube, die findet man überall und ist halt, worauf man den Fokus legt. Genau, also das war das quasi zwischen meinem letzten Satz und seinem letzten Satz war der ein Cut. Da hatte ich dann noch gesagt, aber ich finde, ganz viele Zitate sind auch immer oder solche Schnipsel sind auch immer stark kontextabhängig. Das habe ich gesagt. Und dann kam ich noch mit, da habe ich dann so Gänsefüße gemacht, von der Geheimkonferenz die Rede war. Die Korrektivrecherche wurde ja mittlerweile oft schon wieder korrigiert. Das war ein so rassistisches Treffen, dass da mehr CDUler anwesend waren als AfDler, habe ich gesagt. Und ich habe auch gesagt, ich frage mich halt auch, wie rassistisch schon ausgrenzt eine Partei sein kann, in der eine Alice Weidel ist oder in der viele auch Politiker mit Migrationshintergrund sind. Ja klar, und das haben sie dann alles, also ich muss wirklich sagen, das ist ein sehr, sehr geschickter Schnitt gerade gewesen. Ja, ja, das ist nämlich auch so eine Sache. Da glaube ich, also wenn ich jetzt wirklich meinen Aluhut aufpacken müsste und sagen muss, okay, und jetzt wirklich mit maximal, die haben da versucht, Sachen auf eine bestimmte Art und Weise darzustellen. Haben sie auch vermutlich, das denke ich mal. Das möchte ich an dieser Stelle, das ist wichtig, auch noch einmal erwähnen. Es war keine Sendung pro oder kontra für oder gegen die AfD. Im Kern ging es darum, das hat Ingo Zamperoni eindrücklich dann sogar sehr ehrlich gesagt, ist die AfD ein Problem für die Demokratie? Stellen Sie sich bitte auf diese Seite. Oder das Gegenteil, da hat er sich dann so ein bisschen geoutet an der Stelle, hat sich da verraten, ist die AfD vielleicht weniger ein Problem? Ja, die AfD ist eigentlich ein Problem für die Demokratie, desto mehr hier auf der blauen Seite, auf der Skala bis 30 zu verteilen und wenn Sie denken, nein, das Gegenteil, die AfD ist eigentlich nicht so ein Problem, je nachdem hier auf der roten Seite sich zu... Das Gegenteil von die AfD ist ein Problem für die Demokratie, wäre die AfD ist eine Bereicherung für die Demokratie. Die AfD ist ein Zugewinn für die Demokratie. Das wäre tatsächlich das Gegenteil. Sie ist ein Problem oder weniger ein Problem, das steht sich nicht absolut gegensätzlich gegenüber. Aber auch da sehen wir, worum es im Prinzip geht. Wir wollen nur wissen, wie sehr die Partei ein Problem ist für die Demokratie, nicht ob tatsächlich überhaupt. Kommen wir zurück zu der Position der Moderatoren. Die Antwort, die Kriterien, wer die konträren Positionen des jeweiligen Themas aus den 100 gegenüber vertritt, sind für alle gleich. Die zwei Journalisten müssen klar zwischen Meinung und Fakten unterscheiden und komplexe Themen anschaulich und unterhaltsam präsentieren können. Unterhaltsam finde ich auch witzig. Wer dann welche Seite vertritt, wird ausgelost. Ich wollte wissen, nach welchen Kriterien die Moderatoren selbst ausgesucht worden sind. Das hat man auch ziemlich sicher verstanden oder ich weiß nicht, ist nicht dazu in der Lage, irgendwie hier sinnergreifend, sinnerfassend zu lesen. Ist keine Antwort auf meine Frage. Ich wollte im Prinzip wissen, wie man auf Czekatobi gekommen ist. Aber auch das verhält sich möglicherweise wie bei politischen kleinen Anfragen. Auch da muss man wirklich ganz genau so Fragen formulieren, dass kein Schlupfloch irgendwie übrig gelassen wird. Ich wollte noch wissen, ob es ein internes Bewerbungsverfahren für die Sendung gab. Sprich, ob sich Moderatoren auf diese Stelle bewusst beworben haben oder eben, ob man auf die Leute zugegangen ist. Man verweist auf das Bewerbungsverfahren oben der Kandidaten geschenkt. Ich habe da nicht nochmal nachgefragt. Für mich war vor allem der Punkt mit der Transparenz wichtig. Und die Antwort habe ich jetzt. Man wusste von Parteizugehörigkeit, von parteipolitischer Tätigkeit. Man hat es erfragt und man hat es bewusst weggelassen. Ich mutmaße, dass hier dilettantisch gearbeitet wurde. Dass man eben völlig schlampig diese Kandidaten ausgewählt hat. Und dass das im Endeffekt dazu geführt hat, dass man weiterhin am eigenen Stuhl der Glaubwürdigkeit gesägt hat. Massiv. Man hat sich damit keinen Gefallen getan. Im Gegenteil. Auch das hat eine AfD meiner Meinung nach nochmal ein bisschen stärker gemacht. Es gibt bei den Öffentlich-Rechtlichen keinen ehrlichen, keinen wirklich guten journalistisch-handwerklichen Umgang mit dieser Partei. Und dass man immer noch nicht auf die Idee gekommen ist. Dass man möglicherweise Teil des Problems ist. Wenn das Problem ist, die AfD wird in Deutschland zu stark. Dass man dieses Problem eher befeuert noch. Dass man dazu beiträgt, dass die Wahlerfolge steigen. Dass die Wahlerfolge weiterhin anhalten. Auf die Idee ist man anscheinend noch nicht gekommen. Und man probiert einfach genau so weiterzumachen, wie das bisher der Fall war. Ich halte das für keinen klugen Weg, den man hier geht. Für keine kluge Entscheidung. Über die Art und Weise, wie diese Sendung grundsätzlich gestaltet wird. Ich habe mir auch die beiden anderen Sendungen angesehen. Da ging es einmal um Migration. Das andere war der Klimawandel. Eine Art politische Spielshow. Ich glaube, das kann unter Umständen funktionieren. Meiner Meinung nach bei die 100 hat es nicht funktioniert. Dass hier 100 erwachsene Menschen wie Kinder hin und her gescheucht werden. Sich in irgendwelche Felder stellen. Und das dann auch Spielshow zu nennen, wenn man so ein kleines Demokratie-Lego-Haus aufbaut. Ich kann dem nicht viel abgewinnen. Möglicherweise bin ich auch einfach nicht die richtige Zielgruppe dafür. Ja, ich bin gespannt auf eure Meinung dazu unten in den Kommentaren. Ob ihr glaubt, ich irre mich da. Es ist eine Riesenmanipulation gewesen. Es waren alle bezahlte Darsteller. Oder ob ihr meine Meinung zu diesem Thema vielleicht teilt. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr mich in meiner Arbeit unterstützen möchtet, gibt es dazu Möglichkeiten unten in der Videobeschreibung. Das geht über Patreon, über Paypal oder andere Wege. Wenn ihr auf diesem Kanal in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtet, dann solltet ihr den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich möchte in Zukunft auch versuchen, ein bisschen weiter meine Inhalte zu streuen mit Kurzvideos, Shorts, Reels, auch auf TikTok. Schreibt mir auch dazu gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Ob ihr sagt, nee, das braucht nicht, das ist Quatsch. Lass das mit dieser Zielgruppe. Ich glaube, dass die Botschaft insgesamt, die ich hier zu verbreiten habe, dass das halt eben möglichst weit gestreut werden muss. Und dazu kann das beitragen, auch wenn ich grundsätzlich das für eine riesen Verdummungsindustrie halte. Aber auch das wäre vielleicht nochmal ein anderes Thema für eine weitere Podcast-Folge bei der Krauzone oder vielleicht für ein Video hier. Das war es von mir für heute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut. Untertitelung. BR 2018